Arthur Schopenhauer Die Welt als Wille und Vorstellung Zweiter Band Die Ergänzungen zum zweiten Buch des ersten Bandes Eingelesen und mit Synopsen versehen von Volker Braumann Jede Woche hier auf YouTube ein Kapitel Oder schon jetzt komplett als Download erhältlich Der Link dazu findet sich bei näheren Informationen Kapitel 28 Charakteristik des Willens zum Leben Dieses Kapitel bezieht sich auf Paragraf 29 des ersten Bandes Unser zweites Buch schließt mit der Frage nach dem Ziel und Zweck jenes Willens Der sich als das Wesen an sich aller Dinge der Welt ergeben hatte Die dort im Allgemeinen gegebene Beantwortung derselben zu ergänzen Dienen die folgenden Betrachtungen Indem sie den Charakter jenes Willens überhaupt darlegen Eine solche Charakteristik ist darum möglich Weil wir als das innere Wesen der Welt Etwas durchaus Wirkliches und empirisch Gegebenes erkannt haben Hingegen schon die Benennung Weltseele Wodurch manche jenes innere Wesen bezeichnet haben Gibt statt desselben ein bloßes ens rationes Also einen Vernunftsgegenstand Denn Seele besagt eine individuelle Einheit des Bewusstseins Die offenbar jenem Wesen nicht zukommt Und überhaupt ist der Begriff Seele Weil er Erkennen und Wollen in unzertrennlicher Verbindung Und dabei doch unabhängig vom animalischen Organismus Hypostasiert Nicht zu rechtfertigen Also nicht zu gebrauchen Das Wort sollte nie anders als in tropischer Bedeutung angewendet werden Denn es ist keineswegs so unverfänglich wie das Wort Anima Als welches Atem bedeutet Noch viel unpassender jedoch Ist die Ausdrucksweise der sogenannten Pantheisten Deren ganze Philosophie hauptsächlich darin besteht Dass sie das innere, ihnen unbekannte Wesen der Welt Gott betiteln Womit sie sogar viel geleistet zu haben meinen Danach wäre denn die Welt eine Theophanie Man sehe sie doch nur einmal darauf an Diese Welt beständig bedürftiger Wesen Die bloß dadurch, dass sie einander auffressen Eine Zeit lang bestehen Ihr Dasein unter Angst und Not durchbringen Und oft entsetzliche Qualen erdulden Bis sie endlich dem Tode in die Arme stürzen Wer dies deutlich ins Auge fasst Wird dem Aristoteles Recht geben, wenn er sagt Die Natur ist dämonisch Nicht göttlich Ja, er wird gestehen müssen Dass einen Gott, der sich hätte beigehen lassen Sich in eine solche Welt zu verwandeln Doch wahrlich der Teufel geplagt haben müsste Ich weiß es wohl Die vorgeblichen Philosophen dieses Jahrhunderts Tun es dem Spinoza nach Und halten sich hierdurch gerechtfertigt Allein Spinoza hatte besondere Gründe Seine alleinige Substanz so zu benennen Um nämlich wenigstens das Wort Wenn auch nicht die Sache zu retten Giordano, Brunos und Vaninis Scheiterhaufen Waren noch in frischem Andenken Auch diese nämlich waren jenem Gott geopfert worden Für dessen Ehre ohne allen Vergleich Mehr Menschenopfer geblutet haben Als auf den Altären aller heidnischen Götter Beider Hemisphären zusammengenommen Wenn da Herr Spinoza die Welt Gott benennt So ist es gerade nur so Wie wenn Rousseau im Contrast social Stets und durchgängig mit dem Wort Le souverain das Volk bezeichnet Auch könnte man es damit vergleichen Dass einst ein Fürst Welcher beabsichtigte In seinem Lande den Adel abzuschaffen Auf den Gedanken kam Um keinen das Seine zu nehmen Alle seine Untertanen zu adeln Jene Weisen unserer Tage Haben freilich für die in Rede stehende Benennung Noch einen anderen Grund Der aber um nichts triftiger ist Sie alle nämlich gehen Bei ihrem Philosophieren Nicht von der Welt Oder unserem Bewusstsein von dieser aus Sondern vom Gott Als einem Gegebenen und Bekannten Er ist nicht ihr Quäsitum Also das Gesuchte Sondern ihr Datum Also das Gegebene Wären sie Knaben So würde ich ihnen datun Dass dies eine Petitio Principii ist Jedoch sie wissen es so gut wie ich Allein nachdem Kant bewiesen hat Dass der Weg des frühern redlich Verfahrenen Dogmatismus Von der Welt zu einem Gott Doch nicht dahin führe Da meinen nun diese Herren Sie hätten einen feinen Ausweg gefunden Und machten es pfiffig Der Leser späterer Zeit verzeihe Dass ich ihn von Leuten unterhalte Die er nicht kennt Jeder Blick auf die Welt Welche zu erklären die Aufgabe des Philosophen ist Bestätigt und bezeugt Das Wille zum Leben Weit entfernt eine beliebige Hypostase Oder gar ein leeres Wort zu sein Der allein wahre Ausdruck Der allein wahre Ausdruck ihres innersten Wesens ist Alles drängt und treibt zum Dasein Womöglich zum Organischen Das heißt zum Leben Und danach zur möglichsten Steigerung desselben An der tierischen Natur wird es dann Augenscheinlich Das Wille zum Leben Der Grundton ihres Wesens Die einzige unwandelbare und unbedingte Eigenschaft desselben ist Man betrachte diesen universellen Lebensdrang Man sehe die unendliche Bereitwilligkeit Leichtigkeit und Üppigkeit Mit welcher der Wille zum Leben Unter Millionen Formen Überall und jeden Augenblick Mittels Befruchtungen und Keimen Ja, wo diese Mangeln Mittels Urzeugung Sich ungestüm ins Dasein drängt Jede Gelegenheit ergreifend Jeden lebensfähigen Stoff Begierig an sich reißend Und dann wieder werfe man Einen Blick auf den entsetzlichen Alarm Und wilden Aufruhr desselben Wann er in irgendeiner einzelnen Erscheinung Aus dem Dasein weichen soll Zumal Wo dieses bei deutlichem Bewusstsein eintritt Da ist es nicht anders Als ob in dieser einzigen Erscheinung Die ganze Welt auf immer vernichtet werden sollte Und das ganze Wesen Eines so bedrohten Lebenden Verwandelt sich sofort In das verzweifelste Sträuben und Wehren Gegen den Tod Man sehe zum Beispiel Die unglaubliche Angst Eines Menschen in Lebensgefahr Die schnelle und so ernstliche Teilnahme Jedes Zeugen derselben Und den grenzenlosen Jubel Nach der Rettung Man sehe das starre Entsetzen Mit welchem ein Todesurteil Vernommen wird Das tiefe Grausen Mit welchem wir die Anstalten Zu dessen Vollziehung erblicken Und das herzzerreißende Mitleid Welches uns bei dieser selbst ergreift Da sollte man glauben Dass es sich um etwas ganz anderes handelte Als bloß um einige Jahre weniger Einer leeren, traurigen, durch Plagen Jeder Art verbitterten und stets Ungewissen Existenz Vielmehr müsste man denken Das Wunder, was daran gelegen sei Ob einer etliche Jahre früher dahin gelangt Wo er, nach einer ephemeren Existenz Billionen Jahre zu sein hat An solchen Erscheinungen also wird sichtbar Dass ich mit Recht Als das nicht weiter Erklärliche Sondern jeder Erklärung zum Grunde zu Legende Den Willen zum Leben gesetzt habe Und dass dieser Weit entfernt wie das Absolutum Das Unendliche Die Idee Und ähnliche Ausdrücke mehr Ein leerer Wortschalt zu sein Das Allerealste ist, was wir kennen Ja, der Kern der Realität selbst Wenn wir nun aber Von dieser aus unserem Innern geschöpften Interpretation Einstweilen abstrahierend Uns der Natur fremd gegenüberstellen Um sie objektiv zu erfassen So finden wir Dass sie von der Stufe des organischen Lebens an Nur eine Absicht hat Die der Erhaltung aller Gattungen Auf diese arbeitet sie hin Durch die unermessliche Überzahl von Keimen Durch die dringende Heftigkeit des Geschlechtstriebs Durch dessen Bereitwilligkeit Sich allen Umständen und Gelegenheiten anzupassen Bis zur Bastard-Erzeugung Und durch die instinktive Mutterliebe Deren Stärke so groß ist Dass sie in vielen Tierarten Die Selbstliebe überwiegt Sodass die Mutter ihr Leben opfert Um das des Jungen zu retten Das Individuum hingegen Hat für die Natur Nur einen indirekten Wert Nämlich Nur sofern es das Mittel ist Die Gattung zu erhalten Außerdem ist ihr sein Dasein gleichgültig Ja Sie selbst führt es dem Untergang entgegen Sobald es aufhört Zu jenem Zwecke tauglich zu sein Wozu das Individuum da sei Wäre also deutlich Aber wozu die Gattung selbst Dies ist eine Frage Auf welche die bloß objektiv betrachtete Natur Die Antwort schuldig bleibt Denn vergeblich sucht man bei ihrem Anblick Von diesem rastlosen Treiben Diesem ungestümen drängenden Stasein Dieser ängstlichen Sorgfalt Für die Erhaltung der Gattungen Einen Zweck zu entdecken Die Kräfte und die Zeit der Individuen Gehen auf in der Anstrengung Für ihren und ihrer Jungen Unterhalt Und reichen nur knapp Bisweilen selbst gar nicht dazu aus Wenn aber auch hier und da Einmal ein Überschuss von Kraft Und dadurch von Wohlbehagen Bei der einen vernünftigen Gattung Auch wohl von Erkenntnis bleibt So ist dies viel zu unbedeutend Um für den Zweck jenes ganzen Treibens Der Natur gelten zu können Die ganze Sache so rein objektiv Und sogar fremd ins Auge gefasst Sieht es gerade aus Als ob der Natur bloß daran gelegen wäre Dass von allen ihren platonischen Ideen Das heißt permanenten Formen Keine verloren gehen möge Danach hätte sie in der glücklichen Erfindung Und Aneinanderfügung dieser Ideen Zu der die drei vorhergegangenen Tierbevölkerung Der Erdoberfläche die Vorübung gewesen Sich selber so gänzlich genug getan Dass jetzt ihre einzige Besorgnis wäre Es könne irgendeiner dieser schönen Einfälle verloren gehen Das heißt irgendeine jener Formen Könne aus der Zeit- und Kausalreihe verschwinden Denn die Individuen sind flüchtig Wie das Wasser im Bach Die Ideen hingegen beharrend Wie dessen Strudel Nur das Versiegen des Wassers würde auch sie vernichten Bei dieser rätselhaften Ansicht Müssten wir stehen bleiben Wenn die Natur uns allein von außen Also bloß objektiv gegeben wäre Und wir sie Wie sie von der Erkenntnis aufgefasst wird Auch als aus der Erkenntnis Das heißt im Gebiet der Vorstellung Entsprungen annehmen Und demnach Bei ihrer Enträtselung Auf diesem Gebiete uns halten müssten Allein Es verhält sich anders Und allerdings Ist uns ein Blick ins Innere der Natur gestattet Sofern nämlich dieses nichts anderes Als unser eigenes Inneres ist Wo selbst gerade die Natur Auf der höchsten Stufe Zu welcher ihr Treiben Sich hinaufarbeiten konnte Angekommen Nun vom Lichte der Erkenntnis Im Selbstbewusstsein Unmittelbar getroffen wird Hier zeigt sich uns der Wille Als ein von der Vorstellung In der die Natur Zu allen ihren Ideen Entfaltet Dastand Totogenere Verschiedenes Und gibt uns jetzt Mit einem Schlage Den Aufschluss Der auf dem bloß objektiven Wege Der Vorstellung Nie zu finden war Das Subjektive also Gibt hier den Schlüssel Zur Auslegung des Objektiven Um den oben zur Charakteristik Dieses Subjektiven Oder des Willens dargelegten Überschwänglich starken Hang Aller Tiere und Menschen Das Leben zu erhalten Und möglichst lange fortzusetzen Als ein ursprüngliches Und unbedingtes zu erkennen Ist doch erfordert Dass wir uns deutlich machen Dass derselbe keineswegs Das Resultat Irgendeiner objektiven Erkenntnis Vom Werte des Lebens Sondern Von aller Erkenntnis Unabhängig sei Oder mit anderen Worten Dass jene Wesen Nicht als von vorne gezogen Sondern als von hinten getrieben Sich darstellen Wenn man in dieser Absicht Zuvörderst die unabsehbare Reihe der Tiere mustert Die endlose Mannigfaltigkeit Ihrer Gestalten betrachtet Wie sie Nach Element und Lebensweise Stets anders modifiziert Sich darstellen Dabei zugleich die unerreichbare Und in jedem Individuo Gleich vollkommen ausgeführte Künstlichkeit des Baues Und Getriebes derselben erwägt Und endlich den unglaublichen Aufwand von Kraft Gewandtheit Klugheit und Tätigkeit Den jedes Tier Sein Leben hindurch Unaufhörlich zu machen hat In Betrachtung nimmt Wenn man Näher darauf eingehend Zum Beispiel Die rastlose Emsigkeit Kleiner armseliger Ameisen Die wundervolle und künstliche Arbeitsamkeit der Bienen Sich vor Augen stellt Oder zusieht Wie ein einzelner Totengräber Necrophorus Vespilo Einen Maulwurf von Vierzigmal seiner eigenen Größe In zwei Tagen begräbt Um seine Eier hineinzulegen Und der künftigen Brut Nahrung zu sichern Hierbei sich vergegenwärtigend Wie überhaupt das Leben Der meisten Insekten Nichts als eine rastlose Arbeit ist Um Nahrung und Aufenthalt Für die aus ihren Eiern Künftig erstehende Brut Vorzubereiten Welche dann Nachdem sie die Nahrung Verzerrt und sich verpuppt hat Ins Leben tritt Bloß um dieselbe Arbeit Von vorne wieder anzufangen Ja und dann auch Wie dem ähnlich Das Leben der Vögel Größtenteils hingeht Mit ihrer weiten Und mühsamen Wanderung Damit dem Bau des Nestes Und zuschleppende Nahrung Für die Brut Welche selbst Im folgenden Jahre Die nämliche Rolle Zu spielen hat Und so alles Stets für die Zukunft Arbeitet Welche nachher Bankrott macht Da kann man nicht umhin Sich umzusehen Nach dem Lohn Für alle diese Kunst Und Mühe Nach dem Zweck Welchen vor Augen Habend die Tiere So rastlos streben Kurzum zu fragen Was kommt dabei heraus Was wird erreicht Durch das tierische Dasein Welches so unübersehbare Anstalten erfordert Und da ist nun nichts Aufzuweisen Als die Befriedigung Des Hungers Und des Begattungstriebs Ja und allenfalls Noch ein wenig Augenblickliches Behagen Wie es jedem tierischen Individuo Zwischen seiner endlosen Not und Anstrengung Dann und wann Zuteil wird Wenn man beides Die unbeschreibliche Künstlichkeit der Anstalten Den unsäglichen Reichtum der Mittel Und die Dürftigkeit Des dadurch Bezweckten Und Erlangten Nebeneinander hält So dringt sich Die Einsicht auf Dass das Leben Ein Geschäft ist Dessen Ertrag Bei Weitem Nicht die Kosten Beckt Am augenfälligsten Wird dies An manchen Tieren Von besonders Einfacher Lebensweise Man betrachtet Zum Beispiel Den Maulwurf Diesen unermüdlichen Arbeiter Mit seinen Übermäßigen Schaufelpfoten Angestrengt zu graben Ist die Beschäftigung Seines ganzen Lebens Bleibende Nacht Umgibt ihn Seine embryonischen Augen Hat er bloß Um das Licht Zu fliehen Er allein Ist ein wahres Animal Nocturnum Nicht Katzen Eulen Und Fledermäuse Die bei Nacht Sehen Was aber nun Erlangt er Durch diesen Mühevollen Und Freuden Leeren Lebenslauf Futter Und Begattung Also nur die Mittel Dieselbe traurige Bahn Fortzusetzen Und wieder anzufangen Im neuen Individuo An solchen Seiner so vollkommenen Bleibt Humboldt durch jede ihrem Element und ihrem Raube angepasst ist, kontrastiert hier deutlich mit dem Mangel irgendeines haltbaren Endzwecks. Stattdessen sich nur augenblickliches Behagen, flüchtiger durch mangelbedingter Genuss, vieles und langes Leiden, beständiger Kampf, bellum omnium, jedes ein Jäger und jedes gejagt, Gedränge, Mangel, Not und Angst, Geschrei und Geheul darstellt. Tja, und das geht sofort in Saecula Saeculorum oder bis einmal wieder die Rinde des Planeten bricht. Junghuhn erzählt, dass er auf Java ein unabsehbares Feld ganz mit Gerippen bedeckt erblickt und für ein Schlachtfeld gehalten habe. Es waren jedoch lauter Gerippe großer, fünf Fuß langer, drei Fuß breiter und ebenso hoher Schildkröten, welche, um ihre Eier zu legen, vom Meer aus dieses Weges gehen und dann von wilden Hunden, Kanes Rutilans, angepackt werden, die, mit vereinten Kräften, sie auf den Rücken legen, ihnen den unteren Harnisch, also die kleinen Schilder des Bauches, aufreißen und sie so lebendig verzehren. Oft aber fällt als dann über die Hunde ein Tiger her. Dieser ganze Jammer nun wiederholt sich tausend und aber tausend Mal. Ja aus, ja ein. Dazu werden also diese Schildkröten geboren. Für welche Verschuldung müssen sie diese Qualen leiden? Wozu diese ganze Gräuelszene? Darauf ist die alleinige Antwort. So objektiviert sich der Wille zum Leben. Man betrachte ihn wohl und fasse ihn auf in allen seinen Objektivationen. Dann wird man zum Verständnis seines Wesens und der Welt gelangen. Nicht aber, wenn man allgemeine Begriffe konstruiert und daraus Kartenhäuser baut. Die Auffassung des großen Schauspiels der Objektivation des Willens zum Leben und die Charakteristik seines Wesens erfordert freilich etwas genauere Betrachtung und größere Ausführlichkeit als die Abfertigung der Welt dadurch, dass man ihr den Titel Gott beilegt. Oder mit einer Nieserie, wie sie nur das deutsche Vaterland darbietet und zu genießen weiß erklärt, es sei die Idee in ihrem Anderssein. Woran die Pinsel meiner Zeit zwanzig Jahre hindurch ihr unsägliches Genügen gefunden haben. Freilich, nach dem Pantheismus oder Spinozismus, dessen bloße Travestien jene Systeme unseres Jahrhunderts sind, haspelt das alles sich wirklich ohne Ende die Ewigkeit hindurch sofort. Denn da ist die Welt ein Gott, ens Perfektissimum. Das heißt, es kann nichts Besseres geben noch gedacht werden. Also bedarf es keiner Erlösung daraus. Folglich gibt es keine. Wozu aber die ganze Tragikkomödie da sei, ist nicht entfernt abzusehen. Da sie keine Zuschauer hat und die Akteurs selbst unendliche Plage ausstehen. Bei wenigem und bloß negativen Genuss. Nehmen wir jetzt noch die Betrachtung des Menschengeschlechts hinzu, so wird die Sache zwar komplizierter und erhält einen gewissen ernsten Anstrich. Doch bleibt der Grundcharakter unverändert. Auch hier stellt das Leben sich keineswegs dar als ein Geschenk zum Genießen, sondern als eine Aufgabe. Ein Pensum zum Abarbeiten. Und dementsprechend sehen wir, im Großen wie im Kleinen, allgemeine Not. Rastloses Mühen, beständiges Drängen, Endlosen Kampf, erzwungene Tätigkeit mit äußerster Anstrengung aller Leibes- und Geisteskräfte. Viele Millionen, zu Völkern vereinigt, streben nach dem Gemeinwohl. Jeder Einzelne seines eigenen Wegen. Aber viele Tausende fallen als Opfer für dasselbe. Bald unsinniger Wahn, bald grübelnde Politik hetzt sie zu kriegen aufeinander. Dann muss Schweiß und Blut des großen Haufens fließen, die Einfälle Einzelner durchzusetzen oder ihre Fehler abzubüßen. Im Frieden ist Industrie und Handel tätig. Erfindungen tun Wunder. Meere werden durchschifft, Leckereien aus allen Enden der Welt zusammengeholt. Die Wellen verschlingen Tausende. Alles treibt, die einen sinnend, die anderen handelnd. Der Tumult ist unbeschreiblich. Aber der letzte Zweck von dem allen. Was ist er? Ephemere und geplagte Individuen eine kurze Spanne Zeit hindurch zu erhalten, im glücklichsten Fall mit erträglicher Not und komparativer Schmerzlosigkeit, der aber auch sogleich die Langeweile aufpasst. So dann die Fortpflanzung dieses Geschlechts und seines Treibens. Bei diesem offenbaren Missverhältnis zwischen der Mühe und dem Lohn erscheint uns von diesem Gesichtspunkt aus der Wille zum Leben objektiv genommen als ein Tor. Oder subjektiv als ein Wahn, von welchem alles Lebende ergriffen, mit äußerster Anstrengung seiner Kräfte auf etwas hinarbeitet, das keinen Wert hat. Allein bei genauerer Betrachtung werden wir auch hier finden, dass er vielmehr ein blinder Drang, ein völlig grundloser, unmotivierter Trieb ist. Das Gesetz der Motivation nämlich erstreckt sich, wie Paragraf 29 des ersten Bandes ausgeführt worden, nur auf die einzelnen Handlungen, nicht auf das Wollen im Ganzen und überhaupt. Hierauf beruht es, dass wenn wir das Menschengeschlecht und sein Treiben im Ganzen und Allgemeinen auffassen, dasselbe sich uns nicht, wie wenn wir die einzelnen Handlungen im Auge haben, darstellt als ein Spiel von Puppen, die nach Art der gewöhnlichen durch äußere Fäden gezogen werden, sondern von diesem Gesichtspunkt aus als Puppen, welche ein inneres Urwerk in Bewegung setzt. Denn wenn man, wie im obigen Geschehen, das so rastlose, ernstliche und mühevolle Treiben der Menschen vergleicht mit dem, was ihnen dafür wird, ja auch nur jemals werden kann, so stellt das dargelegte Missverhältnis sich heraus, indem man erkennt, dass das zu Erlangende als bewegende Kraft genommen, zur Erklärung jener Bewegung und jenes rastlosen Treibens durchaus unzulänglich ist. Was nämlich ist denn ein kurzer Aufschub des Todes? Eine kleine Erleichterung der Not, Zurückschiebung des Schmerzes, momentane Stillung des Wunsches, bei so häufigem Siege jener allen und Gewissen des Todes? Was könnten dergleichen Vorteile vermögen? Genommen als wirkliche Bewegungsursachen eines durch stete Erneuerung zahllosen Menschengeschlechtes, welches unablässig sich rührt, treibt, drängt, quält, zappelt und die gesamte tragik-komische Wildgeschichte aufführt. Ja, was mehr als alles sagt, ausharrt in einer solchen Spot-Existenz, so lange als jedem nur möglich. Offenbar ist das alles nicht zu erklären, wenn wir die bewegenden Ursachen außerhalb der Figuren suchen und das Menschengeschlecht uns denken als infolge einer vernünftigen Überlegung oder etwas dieses Analoges als ziehende Fäden strebend nach jenen ihm dargebotenen Gütern, deren Erlangung ein angemessener Lohn wäre für sein rastloses Mühen und Plagen. Die Sache so genommen würde vielmehr jeder längst gesagt haben, das Spiel ist die Mühe nicht wert. Ja, und hinausgegangen sein. Aber im Gegenteil, jeder bewacht und beschützt sein Leben gleich wie ein ihm bei schwerer Verantwortlichkeit anvertrautes teures Pfand, unter endloser Sorge und häufiger Not, ja, und darunter eben das Leben hingeht. Das Wofür und Warum, den Lohn dafür sieht er freilich nicht, sondern er hat den Wert jenes Pfandes Unbesehens auf Treu und Glauben angenommen und weiß nicht, worin er besteht. Daher habe ich gesagt, dass jene Puppen nicht von außen gezogen werden, sondern jede, das Uhrwerk in sich trägt, vermöge dessen ihre Bewegungen erfolgen. Dieses ist der Wille zum Leben. Sich bezeigend als ein unermüdliches Triebwerk, ein unvernünftiges, trieb, der seinen zureichenden Grund nicht in der Außenwelt hat. Er hält die Einzelnen fest auf diesem Schauplatz und ist das Primo Mobile ihrer Bewegungen, während die äußeren Gegenstände, die Motive bloß die Richtung derselben im Einzelnen bestimmen. Sonst wäre die Ursache der Wirkung gar nicht angemessen. Denn, wie jede Äußerung eine Naturkraft eine Ursache hat, die Naturkraft selbst aber keine, so hat jeder einzelne Willensakt ein Motiv. Der Wille überhaupt aber keines. Ja, im Grunde ist dies beides eins und dasselbe. Überall ist der Wille als das Metaphysische der Grenzstein jeder Betrachtung, über den sie nirgends hinaus kann. Aus der dargelegten Ursprünglichkeit und Unbedingtheit des Willens ist es erklärlich, dass der Mensch ein Dasein voll Not, Plage, Schmerz, Angst und dann wieder voll Langeweile, welches rein objektiv betrachtet und erwogen von ihm verabscheut werden müsste, über alles liebt und dessen Ende, welches jedoch das einzige Gewisse für ihn ist, über alles fürchtet. Demgemäß sehen wir oft eine Jammergestalt, von Alter, Mangel und Krankheit verunstaltet und gekrümmt, aus Herzensgrunde unsere Hilfe anrufen, zur Verlängerung eines Daseins, dessen Ende als durchaus wünschenswert erscheinen müsste, wenn ein objektives Urteil hier das Bestimmende wäre. Stattdessen also ist es der blinde Wille, auftretend als Lebenstrieb, Lebenslust, Lebensmut. Es ist dasselbe, was die Pflanze wachsen macht. Diesen Lebensmut kann man vergleichen mit einem Seile, welches über dem Puppenspiel der Menschenwelt ausgespannt wäre und woran die Puppen mittelst unsichtbarer Fäden hingen, während sie bloß scheinbar von dem Boden unter ihnen, dem objektiven Werte des Lebens, getragen würden. Wird jedoch dieses Seil einmal schwach, so senkt sich die Puppe. Reißt es, so muss sie fallen, denn der Boden unter ihr trug sie nur scheinbar. Das heißt, das Schwachwerden jener Lebenslust zeigt sich als Hypochondrie, Spleen, Melancholie. Ihr gänzliches Versiegen als Hang zum Selbstmord, der als dann bei dem geringfügigsten, ja, einem bloß eingebildeten Anlass eintritt, in dem jetzt der Mensch gleichsam Händel mit sich selbst sucht, um sich tot zu schießen, wie Männer es zu gleichem Zweck mit einem anderen macht. Sogar wird zur Not ohne allem besonderen Anlass zum Selbstmord gegriffen. Belege hierzu findet man in Eskirol die Maladie Mental. Und wie mit dem Ausharren im Leben, so ist es auch mit dem Treiben und der Bewegung desselben. Diese ist nicht etwa irgend frei Erwähltes, sondern während eigentlich jeder gern ruhen möchte, sind Not und Langeweile die Peitschen, welche die Bewegung der Kreisel unterhalten. Daher trägt das Ganze und jedes Einzelne das Gepräge eines erzwungenen Zustandes. Und jeder, indem er innerlich träge, sich nach Ruhe sehnt, doch aber vorwärts muss, gleicht seinem Planeten, der nur darum nicht auf die Sonne fällt, weil eine ihn vorwärts treibende Kraft ihn nicht dazu kommen lässt. So ist denn alles in fortdauernder Spannung und abgenötigter Bewegung. Und das Treiben der Welt geht, einen Ausdruck des Aristoteles zu gebrauchen, nicht natürlich, sondern gewaltsam vor sich. Die Menschen werden nur scheinbar von vorne gezogen, eigentlich aber von hinten geschoben. Nicht das Leben lockt sie an, sondern die Not drängt sie vorwärts. Das Gesetz der Motivation ist, wie alle Kausalität, bloße Form der Erscheinung. Beiläufig gesagt liegt hier der Ursprung des Komischen, des Burlesken, Grotesken, der fratzenhaften Seite des Lebens. Denn wie der Willen vorwärts getrieben, gebärdet jeder sich, wie er eben kann. Und das so entstehende Gedränge nimmt sich oft possierlich aus. So ernsthaft auch die Plage ist, welche darin steckt. An allen diesen Betrachtungen also wird uns deutlich, dass der Wille zum Leben nicht eine Folge der Erkenntnis des Lebens, nicht irgendwie eine Conclusio ex Premisses und überhaupt nichts Sekundäres ist. Vielmehr ist er das Erste und Unbedingte, die Prämisse aller Prämissen und eben deshalb das, wovon die Philosophie auszugehen hat. Indem der Wille zum Leben sich nicht in Folge der Welt einfindet, sondern die Welt in Folge des Willens zum Leben. Ich brauche wohl kaum darauf aufmerksam zu machen, dass die Betrachtungen, mit welchen wir hier das zweite Buch beschließen, schon stark hindeuten auf das ernste Thema des vierten Buches, ja, geradezu darin übergehen würden, wenn meine Architektonik nicht nötig machte, dass erst, als eine zweite Betrachtung der Welt als Vorstellung, unser drittes Buch mit seinem heitern Inhalt dazwischen trete, dessen Schloss jedoch wieder eben dahin deutet. Kapitel 28 in Nutsche Der Wille zum Leben ist nach Schopenhauer der allein wahre Ausdruck des innersten Wesens der Welt. Alles drängt und treibt zum Dasein und, wenn möglich, zum Organischen, das heißt, zum Leben und zur möglichen Steigerung desselben. Der Lebensdrang ist universell und der Wille zum Leben das Allerealste, was wir kennen. Ja, er ist der eigentliche Kern der Realität. Von der organischen Stufe an kennt die Natur nur eine Absicht, nämlich die Erhaltung aller Gattungen. Das Individuum ist dabei für die Natur nur von indirektem Wert. Es dient nur als Mittel, die Gattung zu erhalten. Uns selbst ist bei alledem die Natur nicht verschlossen. Es ist uns sogar ein Blick in ihr Innerstes gestattet, und zwar auf dem Weg des Subjektiven. Das Subjektive also gilt hier als Schlüssel zur Auslegung des Objektiven. Zur Charakteristik dieses Subjektiven gehört auch der starke Hang aller Tiere und Menschen, das Leben zu erhalten. Dieser Hang ist von der Erkenntnis unabhängig. Aber es fragt sich, was durch das tierische Dasein, für dessen Hervorbringung die Natur so viele Anstalten macht, eigentlich erreicht wird. Schopenhauer gibt darauf die Antwort, dass das Leben ein Geschäft ist, dessen Ertrag bei weitem nicht die Kosten deckt. Es gibt also keinen anderen Sinn als diesen, dass sich eben auf diese Weise der Wille zum Leben objektiviert. Auch die Existenz des Menschen als Gattung ändert an diesem Grundcharakter Nichts. Auch bei uns, wie bei allen anderen Wesen, finden wir, dass er ein blinder Drang, ein völlig grundloser, unmotivierter, unvernünftiger Trieb ist, der seinen zureichenden Grund nicht im Außen hat. Er ist das Primomobile der Bewegungen aller einzelnen Erscheinungen. Da es demnach keinen höheren Sinn gibt, pendelt das Leben zwischen Not und Langeweile hin und her. Es ist kein freier, sondern für die Erscheinungen vielmehr ein erzwungener Zustand. Und obwohl man sich nach Ruhe sehnt, treibt der Wille zum Leben als die treibende Kraft uns weiter an und lässt uns nicht eher ruhen, als bis wir tot sind.